Grüezi und Herzlich Willkommen auf der Newsletter von Thomann Nutzfahrzeug AG. Die Schwindigkeit in unserem Umfeld und vor allem in der Kommunikation nimmt zu. Rufen Sie jemanden an, so wissen Sie es zu schätzen, wenn die Verbindung schnell und sympathisch die Stand kommt und Sie nicht in endlosen Warteschlangen landen. Erfahren Sie mehr von unseren beiden Damen am Telefon, Frau Beatrice Gajar und Carina Nambühl, die bei uns anders managen. Wunderschönen guten Tag. Seit kurzem steht uns eine neue, hochmoderne Telefonzentrale zur Verfügung. Zentrale nehmen wir an allen Werktagen neu von 7 Uhr bis abends um 6 Uhr durchgehend Ihre Anrufe gerne entgegeben. Auf dem Bildschirm sehen wir sofort, für welchen Betrieb darauf ist und klären Ihren Wunsch. Ob der gewünschte Ansprechpartner anwesend und frei ist, sehen wir sofort. So können wir sie schnell verbinden. Infos können wir unkompliziert und schnell weiterleiten. Das ist aber nicht alles. Nicht nur Sie sparen Zeit, sondern auch wir. Unsere Mitarbeiter zum Beispiel, indem sie die Telefonnummer an die PC wählen können und in all unseren Betriebe nicht über zentralen, sondern direkt mit interner Kurznummer telefonieren. Für Sie sind wir 365 Tage an 24 Stunden telefonisch erreichbar. Dadurch werden Anrufe für Notfälle ausserhalb unserer Öffnungszeiten direkt vom Biggenmechaniker entgegengenommen. Sie sehen, dass sich eine Zusammenarbeit mit uns in allen Bereichen lohnt. Wir versprechen Ihnen, dass wir die gewonnene Zeit für Sie einsetzen. Ich bin mir sicher, dass auch Sie die gewonnene Zeit am Telefon sehr gut nutzen können. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.